Wir spielen heute Sniper vs. Stunter. Wir müssen probieren, als Stunter den Sniper auszuschalten und als Sniper den Stunter auszuschalten. Ciao bis zum Ende, um nicht den krassesten Move zu verpassen, den ich gemacht habe. Los geht's! So, Möckern, ich hab mir die Sniper am Start. So, okay, Philipp, wo bist du? Ihr wollt mich jetzt holen, oder was? Ja, ja, ja. Ey, ihr seid doch keine Gegner, Leute. Also irgendwie, die wollen mich jetzt hier mit Sniper abschießen, aber ich weiß gar nicht, wo die sind. Das Ding ist, du wirst uns halt niemals irgendwie jetzt hier bekommen, ne? Was ist er denn? Ach, hier! Ach, ich muss doch jetzt wegkrammen, da oben, oder was? Oh, boah, ja, ja. Oh, ein Ding! Hey, was mach ich? Alter, das war grad richtig knapp. Okay, warte, pass auf. Wolltest du mich snipen, oder was? Ja, ja, ich wollte dich snipen, aber man darf ja nicht nur. Ich schieße gerade auf meine Kappe hier, ne? Oh, okay. Halt mal, ich hab ne Idee, ich hab ne Idee, was ich mache, Bro. Möcker, du musst am besten, pass auf, Möcker, du gehst links, ich geh rechts. Warte, dann kann er sich beide auf einmal holen. Warte, warte, hab ich gehirn dann einfach. Ey, ich hatte fast einen gekriegt, aber ich Idiot, war ich aus. Ich wollte euch gar nicht runterholen. Ja, ja, oh. So, Leute, die Snipers da oben werden wir holen. Hier, komm, 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 schieß doch, schieß doch. Ey, ich schieße doch voll daneben. Nein, 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 nein. Alter, yo. Was ist das denn? Ich hab grad schon meinen Tod gesehen. Alter, was war das denn? So, komm mal her jetzt hier. Warte mal, ich muss, glaube ich, den Anlauf nehmen hier. Oh, das Auto ist zu lang, ich muss das Auto gleich nochmal wechseln hier. Ich hab extra Auto gewechselt, dass ich nicht weiß, wer ich bin. Sniper hier? Nee, das ist zu langsam, das ist zu langsam, das ist zu langsam. Äh, verdammt, Alter. Oh mein Gott, ich bin runtergefallen. Nein, und ich bin tot. Du ist jod. Alter, so ein Bumi, Alter. Oh mein Gott, ich hab ein Joker-Auto gefunden. Oh, Brox, das war's jetzt. Digga, ich seh dich halt grad nicht, ne? Ja, gebaut, ich hab ein Bonus-Auto gefunden. Ich no-scope dich jetzt, pass auf. Ja, 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 ja. Oh, er hat den Zentorno, Digga. Ja, der Zentorno ist richtig stark und der ist gepanzert vorne. Oh, und auch halt hinten gepanzert. Ich kann nicht die von hinten abschießen. Stimmt. Oh, das ist echt stark. Komm, schieß doch, schieß doch. Schieß doch, Brox, los, schieß. Oh mein Gott. Was? Oh mein Gott. Warum komm ich da oben nicht rauf? Das kann doch nicht wahr sein. Alter, das war grad so knapp, ne? Warte mal. Kann ich dich von hinten abschießen? Hast du gepanzert Reifen? Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich nicht, ne? Wahrscheinlich nicht. Komm, schieß doch auf die Reifen. Ja, pass auf, ich werd jetzt hier den... Ja, aber nee, jetzt reicht's. Ich schnur jetzt an. Nee, nee, nee. Ich werd jetzt... Bro, ich hab hier ein Geheimauto, ne? Ein Geheimauto hab ich hier. Pass auf. Okay, ich bin gespannt. Ich bin gespannt, welches Geheimauto das ist. Bro, dieses Auto hat einen Flügel hinten dran, dass ich nicht wegfliegen kann. Checkst du das? Ah, okay, Digga, okay. Ich hab ja auch noch mein Kanister am Start, Digga. Jetzt mach ich jetzt erstmal... Was bringt der Kanister? Der bringt doch gar nichts. Oh, oh, warte. Komm, schieß doch, schieß doch. Schieß doch. Ah! Oh! Hau rein, Bro! Oh! Nein! Was? Alter, ich bin doch extra ausgewichen. Ich hab mich voll weggewichen. Alter. Okay, welches Auto nehmen wir jetzt, die Möcke? Wo bist du? Bro, ich dachte, so wie es ist, ich geh auf jeden Fall mit dem Zentorn oben. Die kommen hier, Leute. Wunderbar. Ach, du bist auf der anderen Seite, ne? Auf der anderen Seite. Ah, nein! Oh, halt. Von beiden Seiten. Beiden Seiten, Leute. Warte mal, ich muss mich so rollen, Leute, wenn die kommen, ey. Das ist natürlich richtig... Jetzt ist... Ich komm ja direkt mit Vollspeed, Leute. Ich auch, direkt. Digga, lass dich richtig Sandwichen, Alter. Wie so ein Sandwich-Toast. Alter, Leute, ich muss aufpassen, Leute. Oh, nein! Ja, locker, locker, locker. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Rocker Ausgewicht, wow. Oh, mein Gott. Das war gerade so knapp, ne? Nein, 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 nein. Boah, man muss halt auf beide achten, ey. Wer ist denn der Rote hier? Ja, ja, ich bin hier der Speedometer. Pass mal auf, jetzt. Sind die irgendwelche geheimen Autos hinten? Ah. Oh, mein Gott. So schlecht. Bro, fast. Hast du dich fast geholt gerade, oder was? Ja, ja. Ich hab mich fast geholt. So, komm mal her, Brox, ne? Oh, oh. Ja, netter Versuch, Digga. Netter Versuch. Komm, komm, komm. Oh, nein. Ey, du bist der Ball weiter neben, du kannst ja gar nix tun. Oh, ist das getroffen? Ne, ne, ne. Hä? Mein Motor ist aus. Ja, ich hab auf den Motor geschaut. Was, Digga? Mein Motor war ganz kurz aus. Oh, mein Gott. Ich bin hoch genug. Ja, ich hab auf den Motor geschaut, dass der ausgeht. Pass auf, ich nehme jetzt hier ein neues Auto. Ich brauche hier Geheimversteck jetzt gerade. Bro, ich sage, das ist gar nicht so einfach, ne? Digga, und ich mache jetzt, pass auf, Digga, ich mache jetzt so ein bisschen Kanister hier, ein bisschen Benzin auf mein Auto. Also, wenn du es abschießt, Digga, fängt es erst zu brennen und dann setze ich dich in Flammen. Okay, das ist das krass eigentlich. Ja, Digga. Ich krieg der voll die krassen Tricks hier, Junge. Na ja, schieß mir ruhig auf die Motorhaube, Philipp. Mach ruhig, Digga. Mach ruhig, kein Problem. Warte, warte, jetzt krieg ich hier. Oh, jetzt hab ich dich. Oha, das Auto schießt schnell. Schieß auf dich hier, boom. Ja, warte mal, pass mal. Oh, das ist ein McKay. Oh, ich dachte, du siehst mich nicht. Nein, ey, das ist so schwer, euch zu bremen, Junge. So, das Ding ist mein Auto zu schnell. Alles mal. Ja, ja, er hat mich auch gerade fast getroffen, Digga. Pass auf. Oh, Gott. Warte, jedenfalls, ich werde Trick 17 machen. Pass auf jetzt hier. Oh. Hä? Nein. Nein, 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 nein. Nein. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ey, Leute, wie soll ich die denn treffen? Das ist unmöglich. Pass auf, wirklich, Leute, hier. Oh, was? Das war so knapp. Ich hab's gerade gesehen, das war gerade so knapp, also. Oh, ich bin übelst ausgewichen. Warte auf mich, warte, lass das anfangen. Ey, wie, jetzt soll die doppelt Angriff machen? Pass mal auf jetzt, Digga. Warte, dann jetzt, 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 jetzt. Schöne Schere rein. Nix da, jetzt, jetzt hole ich mir, jetzt hole ich mir. Ich hole ihn. Nichts. Hey, Junge, du kannst ja gar nichts tun. Einfach der El Torero, Junge. Okay, Mulca, pass auf, lass zusammenfahren. Oh nein. Ich bin auf dem Rücken. Ich weiß, das ist so eine verlohne Schöne. Nein, nein, Mulca. Oh mein Gott. Nein, fahr. Oha. Ich fahr weg, ich fahr weg. Oha, oh, oh, oh. Pass auf, jetzt hab ich ihn. Aber wir haben Rocks, Junge, wenn du nicht schaust. Jetzt hab ich ihn. Jetzt hab ich ihn. Oh mein Gott. Hast du dich geholt? Ja, du hast mich geholt. Nichts, Alter. Du kannst doch gar nicht. Nein, mein Ause fällt auseinander. Da kommt der nächste, da kommt der nächste. Ey, was? Das war so knapp, Alter. Oh mein Gott, der hat mir ganz einfach nur aufgesniped. Nein. Oh mein Gott, Bro. MBK. Okay, okay. Ich brauch jetzt ein neues Auto, Digga. Ich brauch jetzt ein neues Auto. Ich räch dich jetzt, Mulca. Wo bist du denn, Brods? Ey, es ist ja so ein Auto bewegt. Ey. Boop. Was? Oh mein, hä? Oh, ja. Yo, das ist doch so ein Millimeter. Bro, ich hatte so einen Millimeter, das glaubst du nicht. So, du hast gerade so eine geheime Taktik gemacht, ne, Brods? Ja, ich hab jetzt auch noch den Regen aktiviert, ne? Also pass mal auf. Oha, dann werd ich das jetzt nämlich auch mal machen, Alter. So, jetzt macht euch bereit. Es wird hier nämlich gleich was richtig krasses passieren. Guck mal, Mulca. Pass auf, guck mal, ich mach jetzt hier das. Guck mal. Mulca, ich hab auch einen. Hä, was warst du denn da? Wenn er jetzt gleich hier oben irgendwie raufkommen sollte mit irgendeinem Trick oder so, ne? Dann zünden wir es, okay? Hä, was zünden wir? Dann kannst du sowieso noch eine Rechnung offen mit ihm, also... Ja. Achtung, pass auf. Schieß doch, Juki. Nein. Jetzt aber, pass auf. Jetzt, jetzt. Oh nein, 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 nein. Jetzt, 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 schieß auf ihn. Oh mein Gott. Nein, nein, nein. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Alter, du bist einfach stehen geblieben, bist du verrückt? Okay, jetzt reicht's, jetzt reicht's. Jetzt reicht's wirklich. Jetzt reicht's wirklich. Ich sag euch ehrlich, jetzt ist der Spaß vorbei. Jetzt ist der Spaß vorbei. Jetzt weg mit dem Feuerbaron. Oh mein Gott, ich geh nie wieder an den Rand. Ja, pass auf, Digga, du darfst nicht runterfallen. Ja, komm, geh an den Rand, los. Komm, den müssen wir in Platten schießen, Digga. Müssen den Platten schießen. Ey, hört auf, den Platten zu schießen, Junge. Ah, ich sag dir jetzt, du hast Probleme mit dem Regen, ne? Du wirst gleich in den Schleudern geraten. Oh, wenn du durch herkommst, sag, hier, links, rechts. Ey, trefft ja nicht mal was. Hä? Drift! Oh nein! Oh mein Gott, der hat uns beide gerade geholt, Digga. Das Auto ist aber zu langsam, der Zentorne. Ja, der Zentorne hat dann nur den Vorteil, dass du von ihm nicht abgeschossen werden kannst. Ich probier jetzt noch einmal Zentorne, sag ich dir echt. Ey, wer hat denn hier Regen eingestellt? Das ist doch voll unfair für mich. Das ist halt echt so, Alter. Hör auf, dass wir nicht hier oben ausrutschen. Ah, kommt. Oh! Wichtig, wichtig, wichtig getroffen. Oh! Oh mein Gott! Jetzt! Jetzt! Geh auf ihn, geh auf ihn! Schnell überschlägt sich! Wo ist er? Da liegt er, da liegt er, da liegt er! Schieß auf ihn! Oh nein, 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 nein! Nein, nein! Oh mein Gott! Nein! Nein, die Rampel war im Weg, Alter! Hier, die Dicken zeige ich euch. Wir müssen jetzt hier den... Wir müssen echt den Platten schließen, Alter. Wenn wir den Platten... Ey, er hat mich wirklich einmal getroffen. Das kann nicht wahr sein! Ich treff gar nichts! Ja, du musst zielen anstatt zielen, zielen. Oh mein Gott, let's go! Yo, Alter! So, ich hab jetzt extra für euch auch Regen gemacht. Richtig der Sturm jetzt. Das ist viel döller jetzt als eben. Ja, ja, ich hab extra Sturm gemacht. Das kommt vielleicht sogar an Tsunami Brocks. Oh nein, Digga. Bro, umso länger wir spielen, umso heftiger wird der Tsunami. Ey, das Ding ist, guck mal, mein Auto hat halt kaum Traktion mit dem Regen. Ja, ja. Oh mein Gott. Oh mein Gott. So, warte mal. Oh mein Gott, das rutscht so doll, ne? Das ist ja nochmal schwierig, ich muss auf beiden Seiten gucken. Ja, du hast es nicht leicht, Digga. Du hast es nicht leicht, Digga. Du hast es nicht leicht. Oh mein Gott, ich bin auf den Meilen weiter neben. Wo fliegst du denn hin, Bro? Meilen weiter neben. Jetzt hier! Nein! Ja, jetzt hab ich nicht gesagt. Oh mein Gott. Ey, das regnet so doll, ne? Man sieht dich ja kaum. Ich brauche auch ein anderes Auto. Ich brauche auch ein anderes Auto. So schlecht. Warte bis der Tsunami kommt. Ich schwöre, der kommt halt echt gleich, ne? Aber der wird dich dann auslocken. Oh mein Gott. Tsunami Sniper versus Car Super Cars, Leute. So, ich habe jetzt ein T20, Digga. Damit wird er auf jeden Fall Probleme haben. Pass mal auf. Oh nein! Oh mein Gott. Oh mein Gott. Hit! Ich hab Hit gelandet. Oh mein Gott. Ey, man fliegt mit den Autos zu hoch. Oh, Brox ist one. Schade, Digga. Schade. Okay, Brox ist schon mal one. Sehr gut. Oh mein Gott. Okay, ich gucke, ob ich hier noch irgendwie ein gutes Auto habe. Anscheinend ist das sehr, sehr anfällig. Ich muss es irgendwie besser fahren. Was mache ich denn? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh nein. Jetzt kommt die Schere. Jetzt kommt die Schere. Jetzt kommt die... Ja, das war die Schere. Oh mein Gott, ich hätte dich das getroffen. Ich schwöre es dir. Das wäre nicht so geraged. Komm hierher. Ich glaube, wir machen es. Ich glaube, wir machen es. Wollte jetzt noch ein Lager machen, oder was? Das Ding ist, mit dem Regen. Die kann doch noch schlechter, ne? Ja, 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 ja. Okay. Jetzt geht es aber richtig ab hier. Nein, nein, nein. Kann sich nur auf einen fokussieren. Nein! Schade, Digga. Ey, warum hast du mich denn? Jetzt, Leute, werden sie jetzt uneinig. Jetzt holt euch, kommt er. Holt euch die Headshot ab. Oh, 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 oh. Ich bin der One-Shot, ne? Das ist das Problem. Nein, 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 nein. Ach, das ist doch schlecht. Ich sag's noch. Und ich flieg jedes Mal zu hoch. Ja, Bruder, ich wechsle noch den Wagen. In den zwei Minuten hol ich dich aber noch. Ey, willst du ein Flugzeug werden, oder was? Ich sag's noch. Ich fahr zickzack und dann hol ich dich jetzt. Ja, komm, komm, hol mich, hol mich, hol mich. Oh mein Gott, Boah! Oh mein Gott, Boah! Was, Digga? Einfach in der Luft geholt. Let's go! Ich bin grad am Gewinn. Also ich check die, Bro. Ich mach zwei gegen eins gegen euch. Ja, aber guck mal, der Regen hört langsam auf, ne? Also ich seh schon, es kommt schon lange die Sonne durch, gerade. Ja, nee, nee, nee. Mein Dings kommt ja noch, meine Special-Attacke gegen euch. Ja, okay. So, Leute, ich bin wieder dran hier. Ich bin locker gegen die Beine. Ich mach das jetzt hier. Ich mach jetzt diese Taktik. Ich mach jetzt so eine Feuerwand, Digga. Ich, ich kann einfach Cheaten. Wie? Ich hab einfach alle meine Waffen. Wie jetzt? Ich hab meine Explosives-Sniper. Was? Was, Bro? Hat der echt? Was? Wo hast du die her? Du kannst mit der Explosives-Sniper schießen. Ich hab einfach alle meine Waffen. Ich kann auch mit einer Minigun schießen. Hast du aber keine Munition für, du Idiot? Okay, ich hab keine Munition für. Schieß mal mit der Minigun. Digga! Was? Oh mein Gott, Digga! Was? Warum hackst du, Alter? Ich check das nicht. Er ist einfach am hacken, Digga. Wo hast du die denn her? Ey, Bro. Du scheiße, das ist irgendwie kein Hack. Ja, was? Wieso? Oha, Digga! Weg mit dir! Oh mein Gott, Digga! Oh mein Gott, nein! Leg mal runter! Ja, hack da runter! Das ist einfach, einfach bei der Hacker runtergefallen. Digga, wo hast du das? Ich hab das nicht, ne? Wo hast du das her? Hey, ich weiß es nicht! Digga, ich meiste Feuerwand, Digga. Ich meiste Feuerwand. Ja, das kannst du machen, was du willst, Brocksmann, weil du abfalliert bist! Stadion kommt jetzt hier! Oh! Oh Gott, oh Gott, oh Gott! Jetzt der Drift! Oh Gott! No Scope! Oh! Oh Gott! Oh! Oh Gott! Oh! Das war dein Fehler, Digga! So, jetzt werd ich das auch machen mit mein Hex. Endlich, Digga. Ist der Regen weg. Mach nicht! Vielleicht kommt gleich ein Tornado, Digga. Oh, ich hatte nämlich schon auch alle Waffen gehabt. Jetzt sind die weg. Was ist das denn? Diesmal direkt von Anfang an. So, jetzt hier schön. Pass auf, Digga. Ich mach jetzt was richtig krasses. Ja, wer kommt da jetzt zuerst? Ey, ich hab ja gar keine Sniper, Digga. Oh mein Gott, ich hab ne Idee, was ich mach. Wolltest du ihn snipen? Nee, nee, ich wollte, das Ding ist, ich hab jetzt hier ganz viel ein Ziel auf meiner Motorhaube, ich wollte es dann so zum Brennen bringen und dich dann anzünden. Ja, okay, übertreib dich, Junge. Oh, pass auf, Digga. Jetzt kommt der 360. Oh, ich brenne, Digga. Oh mein Gott. Nein, ich brenne. Hilfe. Hilfe, Hilfe. Oh, okay, es hat aufgehört, Digga. Oha. Ich hab einfach den Motorhaube entzündet, Junge. Sag dir das Witz. Du willst nach rechts gehen, ich hab... Oh mein Gott, die Welt. Ja, oha, Digga. Let's go. Sehr wichtig. Das war's auf jeden Fall, wenn ihr Video gewesen seid. Freunde, wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall gerne ein Like und ein Abo da. Haut da rein, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.